Wir kriegen einen kompletten roten Himmel. Schau mal, ob die Nachbarn wieder draußen sind, mit den Böllern meine ich jetzt. Was nein? Die Welt ist schon verrückt, das habe ich gemeint. Ja und es ist einen Monat vor Silvester, was verlangst du? Normal knallt man auch nicht vorher, da gebe ich dir recht. Was hab ich denn früher gemacht? Nein. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Es war ein riesengroßer Vogel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.